So kannst du laufen. Mein Vater hatte eine Trabantwerkstatt. Wirklich, ja. Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, hätte ich die Werkstatt übersommen. Jetzt bin ich da. Sehr gut. Ach, wir kennen uns so gut, das ist unglaublich. Ja, siehst du? Guck mal, so geht's. Du musst schon aufpassen. Jetzt. Was soll ich reagieren? Was soll ich machen? Was soll ich machen, ja? Na, was denn du? Gib mir doch mal den Einsatz. Ha! 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 Untertitelung des ZDF, 2020